Die 8. gegen die 9. der Europameisterschaft von Zürich. Das ist ein erstes Highlight hier, liebe Zuschauer. Macht ein bisschen mit. Auf der Bahn 4, Christiane Klotsch. Auf der 5, Johanna Link-Jelic. Und Klotsch ist schon vorbeigegangen. Klotsch 9. in Zürich. Link-Jelic 8. Und die deutsche Meisterin ist vorne. Das motiviert sich Christiane Klotsch in der Kurve. Kann sie das halten gegen die Pole, die jetzt noch einmal kommt? Klotsch, dann Link-Jelic. Letzte Hürde für Christiane Klotsch. Und sie kommt durch, jawohl. Und sie gewinnt das Ding in 39,8. Also nochmal eine Steigerung für sie.